Die Arbeitszeitreduzierung auf 28 Stunden die Woche kommt natürlich mir persönlich am ehesten zugute, aber wenn sich jeder daran gewöhnt, ist das am Ende eigentlich eine ganz normale Sache. Der Wunsch, ein Sabbatical zu machen, kam bei mir ungefähr acht Jahre, nachdem ich bei Continental zu arbeiten angefangen habe, auf, wo ich gemerkt habe, ich kann meinen Job, ich kann ihn gut, er bringt mir Spaß, aber ich merke, mir kommt eine gewisse persönliche Kreativität abhanden. Wieder einen Blick von außen bekommen und einen Schritt zurücknehmen, das fehlt mir. Wenn ich zurückblicke, war das Sabbatical für mich eine unglaublich tolle Möglichkeit, aus meinem beruflichen Alltag rauszukommen. Es war einiges an Vorarbeit, es war einiges an Nacharbeit, aber ich würde es sofort wieder machen. Ich glaube, man kann nur das gut machen, was man halt auch gerne macht und dann fällt es einem manchmal auch nicht so schwer, wenn man viel Zeit investieren muss. In der Bundesliga Spiele zu leiten ist ein grandioses Gefühl, was absolut cool ist, vor 50.000 Zuschauern ein Spiel zu leiten und sich auf die einzelnen Mannschaften einzulassen. Und ohne die Flexibilität und die Freude zu organisieren, meine Zeit, ich bin nicht sicher, ob ich weiterentwickeln würde ich meine Karriere in der Management-Position. Für mich, Arbeit ist nicht ein stopper für mein Leben. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es geht um mal zu werfen. Untertitelung des ZDF, 2020